So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke. Wieder mal ein Zuschauerwunsch, den ich euch hier zeigen möchte. Habe in den Kommentaren gesehen. LilCoke9868 hatte gefragt, kannst du mal in einem Video alle deine Kostüm-Pokémon zeigen, wäre mein Wunsch. Den Wunsch möchte ich ihm erfüllen, deswegen habe ich mir mal einen passenden Hintergrund gesucht. Und dann gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, wie man das machen kann. Entweder gebt ihr Kostüm ein, also kostümiert meine ich, kostü-miert, da zeigt es euch alle kostümierten Pokémon. Oder ihr gebt einfach Event ein, Event, dann geht es nicht. Ha, hat es mich wieder veräppelt. Gut, dann Event ist aber, wenn ihr auf eure Pokémon geht, und zwar... Bin ich jetzt doof? Wo war das denn gerade? Pokémon, suchen, genau, suchen. Und dann habt ihr hier Suchbegriffe. Normal kann du ausgebrühten, legendär schildern, getauscht, kann sich entwickeln, alles. Hier oben steht ja Mehranzeigen, wenn ihr auf Mehranzeigen geht, seht ihr andere Suchbegriffe. Hier steht dann dabei Event. Das ist hier rechts, dieses rosa, da steht Event. Event zeigt euch die Kostümierten an, Event zeigt euch die Event-Pokémon an. Also ihr könnt einfach hier gucken, was es so für Kategorien gibt, die euch vielleicht interessieren. Hat Ortskarte, legendär, mysteriös, erlöste, Kryptos, schillernde, Mega-Entwicklung durchführen, getauschte, ausgebrütete, Glücks, Kumpel. Wer nicht weiß, wie man das sieht, welche Pokémon auch mit Kumpel und so. Ihr könnt mal hier nachgucken, was es da gibt. Und ansonsten, wenn ich jetzt hier drauf drücke, steht oben halt Event drin. Deswegen dachte ich gerade, ich kann es auch über Event finden, aber ansonsten gibt man einen kostümiert. Und dann sieht man die Event-Pokémon, die kostümierten. So, das sind jetzt hier nicht nur Shinies, sondern auch normale. Manche gibt es ja nicht als Shiny, manche doch, hin und her. Wollen wir ganz wegs durchgehen, haben zuallererst hier zum Beispiel dieses Bisasam mit diesem Partyhut. Dann den Bisasam mit diesem Pikachu-Visier. Bisasam mit diesem Halloween-Kostüm. Und ein Klon-Pokémon. Das ist kein Shiny, die sind aber trotzdem selten. Wenige Leute haben das noch. Als sie damals da waren, hat man gedacht, naja, machst du halt einen Vierer-Raid. Nimmst mal so ein Ding mit. Mewtwo als Klon, also mit Rüstung, war auch drin. Mewtwo mit Rüstung. Mittlerweile ist Mewtwo mit Rüstung mega selten. Die Klon-Pokémon mega selten. Nur die wenigen Leute haben die, wer die hat, behaltet sie. Macht euch einen Haken dran. Die haben halt so eine andere Musterung. Ist auf jeden Fall nett zum Ansehen. Bei Glumanda haben wir dasselbe. Glumanda haben wir auch hier mit Partyhut. Wir haben es mit Pikachu-Visier. Wir haben es mit Halloween-Kostüm. Und wir haben einen Klon, Glurak, auch wieder mit Musterung. Der hat ganz braunen Matsch im Gesicht. Shiggy habt ihr natürlich mit Sonnenbrille, normal. Oder Shiny, dann haben wir es auch mit Partyhut. Wir haben Shiggy mit dem Visier, was hier am besten aussieht. Weil der einfach so ein großes Visier hat auf seinem kleinen Kopf. Wir haben das Halloween-Kostüm. Das Ganze nochmal bei Shilok dann mit Sonnenbrille. Turtog mit Sonnenbrille als Shiny. Und auch das Klon Turtog wieder mit verschiedenen Musterungen. Smetbo gibt es ja, Shiny, mit dieser komischen Fliege auf dem Kopf. Radikal auch mit Partyhut. Pikachu. Da haben wir diverse Weihnachts-Pikachus in Shiny oder eben normal. Shiny, normal. Dann haben wir auch hier als Partyhut. Normal, Shiny. Wir haben das mit dem Ash-Cap. Wir haben das mit dem Hexenhut. Wir haben das mit dem Strohhut und der Sonnenbrille. Normal oder Shiny. Wir haben das mit dem SS-Cap. Warum? Weil da sind so zwei Blitze drauf. Sieht aus wie zwei S. Dann haben wir das mit diesem Blütenkranz. Sind das die Kirschblüten schon? Dann haben wir das mit dem Weihnachts-Beaniehammer. Wir haben das mit dem Raffi-Hut. Mit dem Strohhut von One Piece. Wir haben auch wieder hier Partyhut Nummer zwei. Dann in rot diesen Sommerhut mit Blüten. Wir haben den Safari-Zonen-Hut. Wir haben die Glurak-Mütze, die Nachtara-Mütze, die Raikwaser-Mütze, die Lucario-Mütze. Rotes Cabby ist am Start. Neujahrs-Silvester-Hut-Party-Dings. Melo-Wetter-Hut mal zum Go-Fest. Anderer Hut-Zeug mit Schleife und Krawatte. Das hat, glaube ich, auch was mit dem Neujahr zu tun gehabt. Auch ein Neujahrs. Wir feiern bis zum Umfallen. London-Weltmeisterschaften-Trading-Card-Game-mäßig. Blaues Cab ist am Start. Dann die Shaman-Blüten sind auch am Start. Torte auf dem Kopf ist auch am Start. Zylinder ist am Start. Zylinder, wie schreibt man das? Zylinder. Dann das von dem letzten Go-Fest, glaube ich, mit hier. Ich bin die Dame, ich habe einen Haarreif. Und dann kommt der Typ und sagt, ich bin ein Typ. Ich habe hier so einen Beutel auf dem Kopf. Ist auch mit dabei. Das sind jetzt die Kirschblüten. Das andere waren die normalen Blüten. Da waren die Kirschblüten. Dann ein ganzes Halloween-Kostüm von... Fällt mir der Name nicht ein. Die haben dann immer gesagt Mikachu. Weil es von... Mi... Mi... Das könnt ihr hier drunter schreiben, was das ist. Dann haben wir das Wrestler-Pikachu. Das ist natürlich auch ein Kostüm. Dann haben wir auch das Klon-Pikachu. Das hat Fell an den Ohren. Das sind die Ohren ein bisschen anders. Dann haben wir das Fliegende mit dem Ballon. Was hier bunte Ballons hat. Dann haben wir das Explorer-Pikachu mit Hut. Und auch mit diesem Weimar-Ball an der Seite. Wir haben nochmal Weihnachts. Ein Winter-Winter-Winter-Event. Winter-Pikachu mit Winterpullover am Start. Wir haben... Ja, dieses... War das jetzt Okinawa? Mit Hemd. Mit Blütenhemd. Mit Partyhemd. Auch vom Go-Fest mal. Wo man sich entscheiden musste. Für entweder das oder das. Dann hat man das oder das bekommen. Dann musste man wieder tauschen. Das ist also hier dieses Sänger-Pikachu. Weiblich. Das Rockstar-Pikachu. Was es auch gibt. Da habe ich noch drei Stück übrig. Dann nochmal zum fünfjährigen Jubiläum-Pikachu mit Ballons. Aber diesmal mit einer Fünf als Ballon oben dabei. Auch als Shiny. Dann speziell zu Luftabenteuern. Dann hier auch mit... Osaka müsste das, glaube ich, ja gewesen sein. Rot, Gelb, Orange. Alles in dem Farbton gehalten als Ballons. Das mit Shaman. Nee. Doch. Shaman. Shaman, aber andere Formen. Halstuch von dem Shaman eben. Hat man nicht schon mal Shaman. Hat auf jeden Fall ein Halstuch am Start. Auch hier das Weltmeisterschafts-Pikachu. Nochmal mit Weltmeisterschafts-Kutte. Dann anderes Hemd. Grün am Start. Lila Hemd am Start. Grüne Ballons am Start. Taipei kann sein. Lila Ballons. Nicht grün, lila. Dann das Ganze mit Reitschuh, mit Weihnachtsmütze, Partyhut, Ashcap, Stroh, Blüten, Beanie, Rot, neuer Kirsch. Nidorino, Partyhut. Wullpix mit, ja, mit auch Halloween-Kostüm, Halloween-Schleifchen dran. Normal, shiny, alles dabei. Wohl Nona auch. Dasselbe nochmal mit in shiny. Dicta mit einem Hut. Und auch in shiny, Dictri mit Hut. Bonita jetzt frisch aus der Rotforschung mit rotem Halstuch. Das Hotte Hü haben wir hier. Das ist nämlich mit Hut. Das ist auch Kostüm. Ihr seht den Meloetta-Hut oben auf dem Kopf neben dem Hörnchen. Das habe ich damals aus Versehen einmal verschickt sogar. Musste mir wieder neu eins da drüber tauschen. Fleckmon. 2020er Brille. 2021er Lamus. Brille. Gengar mit Partyhut. Shiny normal. Und auch mit Halloween-Hut. Mit Halloween-Kostüm komplett. Was ich auch als Mega-Entwicklung dann gemacht habe. Schanera mit Blütenkranz. Labras eben mit dieser Schleife jetzt am Kopf. Labras als shiny mit Schleife am Kopf. Labras mit auch Fliege am Hals. Normal, shiny, alles dabei. Eboli. Normale Blüten. Also Frühlingsblüten. Partyhut. Diese Neujahrsmütze oder was das sein soll. Wo sich noch ein paar entwickeln. Dann haben wir Kirschblüten auch bei Evoli am Start. Kirschblüten sind... Da muss ich auch ein paar Entwicklungen noch machen. Dann in beiden Entwicklungen natürlich hier Aquana mit normal Frühlingsblüten. Ein paar Neujahrshut-Kirschblüten. Blitzer mit Frühlingsblüten. Neujahrshut. Kirschblüten. Das Ganze nochmal mit Flamara. Eben die drei Sachen durch. Zack. Berliner Bär Relaxo bei Berlin. Go Fest. Was auch shiny sein konnte. Mit eben diesem Cowboy-Hut. Mewtwo mit Rüstung. Zählt ja wie gesagt dazu. Ach guck, den können wir sogar verlosen. Hut, Hut. Das wär's, oder? Oder machen wir da ein extra Video. Und da alle, die dieses Video kommentieren und Rüstungs-Mewtwo als Hashtag drunter schreiben, in ihren Kommentar, verlosen wir am Montag um 21 Uhr dieses Rüstungs-Mewtwo. Das kann, das brauch ich nicht mehr. Das kann nicht los. Also wenn ihr Bock habt auf ein Rüstungs-Mewtwo, dann schreibt mal einen Kommentar unter dieses Video mit dem Hashtag, Hashtag Rüstungs-Mewtwo. Das R bei Rüstung bitte groß, das M bei Mewtwo bitte groß, aber beide Wörter zusammenhängen, dass das richtig fett aussieht. Und mal gucken, was passiert. Dann können wir das am Montag 21 Uhr bei Chill mit Ramses verlosen. An die Leute, die hier einen schönen Kommentar drunter geschrieben haben mit dem Hashtag. Hut-Hut mit Partyhut, auch als Shiny, passt. Gehen wir weiter. Äh, Noctu mit Partyhut, auch als Shiny. Da kommen die kleinen Pichus mit Weihnachtsmütze. Äh, Partyhut, Ashcap. Äh, Blumenkranz. Ne, Blumenblüten, Frühlingsblüten. Frühlingsblüten-Beanie. Neujahrshut-Kirschblüten. Togepi, Frühlingsblüten-Zeug. Toge-Tick mit Blüten. Psyana hat auch hier die Drei-Hut-Instanz durch. Ne, da fehlen noch die Kirschblüten. Nachtara hat die Zwei-Hut-Instanz durch. Fehlen auch noch die Kirschblüten, muss ich noch entwickeln. Lascho King dann mit seinen 2022 Brille. Wohin genau? Mit Partyhut. Männlich-Weiblich. Also erst weiblich. Dann männlich hinterher. Sneebel als Jean Reno bei Leon der Profi. Mit Sonnenbrille, mit Mütze, Bodo-Gel. Normal-Shiny mit diesem... Das ist so schlimm. Das sieht ja nicht mehr schön aus. Diesen X auf der Stirn. Das ist einfach nur ein X auf der Stirn. Mehr ist egal. Damianplex mit Glöckchen. Das war cool als Kostüm. Das hat auch Sinn gemacht zu Weihnachten. Das war ein Rentier. Dann nochmal Kusilla. Mit Schleifchen im Haar. Elikit mit Armband. Was man halt einfach gar nicht sieht. Hier als Shiny. Aha, blutige Tiers mit Armband. Was man nicht sieht. Heitera nochmal mit den Frühlingsblüten. Zickzacks mit dem Melowetterhut. Waumpel mit Partyhut. Auch als Shiny. Kirlia mit Hut. Ist auch eigentlich nicht mehr so selten. War jetzt auch schon mehrmals da. Normal. So. God of War. Mit Melowetterhut. Gibt es angeblich. Laut League-Tag als Shiny. Gibt es aber nicht als Shiny. Lasst euch da nicht irritieren. Das hat Melowetterhut. Konnte aber nicht Shiny sein. Sonst hätte ich es ja. Ja. Gut. So. Bier ist auch mit Halloween-Kostüm. Libeldra mit Melowetterhut. Gibt es auch nicht. Shiny. Zwirlicht hier mit diesen Mexiko-Dingern. Die Mexiko-Dinger. Genau. Die Mexiko-Blüten hier. Absol mit Sonnenbrille und auch als Shiny verfügbar. So. Gehen wir schnell weiter. Seemobs. Mit Schal. Seemobs. Mit Schal. Shiny. Shellast. Hier mit dieser roten Mütze. Shellast mit der weißen Mütze. Panflar mit der roten Mütze. Mit der weißen Mütze. Und. Blinfa. Ja gut. Das ist erstmal diese Kürbismütze. Die ist extra. Aber dann bräuchten wir auch einmal die rote Mütze und die weiße Mütze. Und schon haben wir alles da. Shinux mit als Shiny und Melone. Dann ein Drift Zeppli mit Halloween. Gut aus einem Raid gezogen mit 100%. Das war auch richtig fett. Hat Spaß gemacht. Hier nochmal auch als Shiny Haspiror mit Blumenkranz. Man sagt einfach Blumenkranz. Genau. Schlapp auch mit Blumenkranz. Ist der Blumenkranz einfach weg. Bonera mit Blumenkranz. Auch als Shiny von FC Merry damals. Gli Bungel mit seiner Mütze. Falschrum. Müsste ja dann auch hier Toxikack gleich kommen. Toxikack mit der Mütze. Jetzt aber kaputt. Kannst dir nichts anvertrauen. Passt nicht drauf auf. Togekiss als Shiny mit Blumenkranz. Foli Purba Blumenkranz. Foli Purba auch mit dem Neujahrs-Ding. Placiola Blumenkranz und Neujahrs-Ding. Dazwischen aber noch die Calzone. Nämlich vom Winter-Event dieses Schleifchen mit Glöckchen dran. Und dem Decke auf dem Rücken. Seht ihr ja. Decke auf dem Rücken. Zwürfenst mit dem Mexiko-Blüten Elyceba. Da mit seiner Krawatte. Mit seiner... Ja, mit dem Hals. Petsniv auch mit dem X. Also das... Das ist so bescheuert. Aber dem einen oder anderen gefällt's. Petsniv ist ja eh süß. Siberio hier ist auch mega süß. Genau. Feli Nara. Hier mit dem Blütenkranz. Mit dem Neujahrs-Hut. Da fehlt also auch noch was mit den Kirschblüten. Müsste ich noch mehr aus. Ich hab ja genügend Ebolis da gehabt. Irbis auch mit Halloween-Hut. Seht ihr da oben? Halloween-Hut. Halloween-Hut. Dann noch mehr Halloween-Hüte. Normal-Shiny werden immer größer hin und her. Dann ist der Hut immer kleiner, weil das Irbis wird immer größer. Und auch bei Pamjin natürlich mit dem Halloween-Hut. Shiny normal. Und dann auch in den größeren Varianten, wo der Hut einfach so klein wird, dass man gar nichts mehr sieht. Guckt euch den Rest-Hut an. Das waren die kostümierten Pokémon, die ich hab. Habt ihr die auch? Was fehlt euch an den kostümierten Pokémon, was ihr unbedingt haben wolltet, aber nicht habt? Und habt ihr Klon-Pokémon? Das sind die wichtigsten Fragen. Und natürlich habt ihr Bock auf ein Rüstungs-Mewtwo. Eins können wir verlosen, eins verlose ich mit diesem Video hier zusammen. Mal gucken, wer die Videos aufmerksam verfolgt und schaut. Der wird das ja mitkriegen. Vielleicht packe ich es auch in den Titel. Keine Ahnung. Damit die Leute eben das Video gucken. Bis dahin. Peace out forhaut. Euer Ramses. Muss nur sehen, dass ich dieses Video mal an einem Dienstag hochlade, damit eine Woche Zeit ist, um beim Gewinnspiel mitzumachen. Viel Spaß. Viel Glück. Denkt dran, 21 Uhr Montag ist dann die Verlosung von dem Mewtwo. Schreibt einen netten Kommentar in das Video mit ein bisschen Feedback zu den Fragen, die da waren. Und dann Hashtag Rüstungs-Mewtwo. R-Groß, M-Groß. Damit man das... Das sieht einfach besser aus. Aber zusammengeschrieben alles. Peace out forhaut. Euer Ramses. Plus, damit ihr es auch wirklich bis zum Ende geguckt habt, natürlich auch Angabe eures Trainernamens. Damit ich weiß, wer ihr seid. Damit es keine Faker gibt. Trainername. Schöner Kommentar. Euer Trainername dabei sein und der Hashtag. Hahaha. Und jetzt haben schon einige abgeschalten. Jetzt habe ich euch erwischt. Peace out forhaut. Euer Ramses. Ciao.